Liebe Zuschauer, unser heutiges Rahmenthema ist das römische Auguralwesen. Während die Griechen die Zukunft vor allem aus Orakelsprüchen erforschten, leiteten die Römer ihre Weissagungen aus der Natur ab. Als Weissagung nach der Kunst wird die Auslegung bestimmter Ereignisse nach überlieferten Regeln bezeichnet, wie die Beobachtung des Vogelfluges oder die Leberschau der Opfertiere. Du sunt divinandi genera, quorum alterum artis est alterum nature. Es gibt zwei Arten von Weissagung, von denen die eine der Kunst, die andere der Natur angehört. Die Vokabeln dieses Satzes, divinare, Weissagen, alter altera alterum, der eine von Zweien, der andere. Es gibt zwei Arten von Weissagung, von denen die eine der Kunst, die andere der Natur angehört. Alterum, 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 die eine, die andere, ist eine Form von alter altera alterum, einem Pronominaladjektiv. Zu den Pronominaladjektiva gehören folgende Wörter. Unus, una, unum, einer, solus, sola, solum, allein, totus, tota, totum, ganz, Ulus, una, unum, irgendeiner. Nullus, nulla, nullum, kein. Uter, utra, utrum, welcher von Zweien? Neuter, neutra, neutrum, keiner von Zweien. Alter, altera, alterum, der eine von Zweien. Zweien, der andere. Alius, alia, aliot, ein anderer. Diese Pronominaladjektiva bilden also die drei Geschlechter wie die Adjektive der a- und der o-Deklination. Wir sehen uns die Deklination am Beispiel von alius, alia, aliot, ein anderer an. Alius, alia, aliot, alterius, 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 alii, 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 alium, aliam, aliot, alio, alia, alio. Der Genitiv wird auf ius gebildet, der Dativ auf i. Die übrigen Formen entsprechen der a- und der o-Deklination. Der Plural wird, sofern er vorkommt, ganz regelmäßig nach der a- o-Deklination gebildet. Alii, alie, alia, aliorum, aliarum, aliorum, aliiis, 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 alius, alias, alia, aliiis, aliiis, aliiis. Die oben erwähnten Weissagungen konnten nur von bestimmten Priesterkollegien durchgeführt werden. Den Vogelflug beobachtete der Augur von einem windrosenförmig eingeteilten Templum aus, einem sakralen Ort. Er richtete den Blick nach Süden und stellte fest, welche Vogelarten innerhalb einer bestimmten Zeit in welche Richtung fliegen, welche Schreie sie ausstoßen, welche Beute sie in den Fängen tragen und so weiter. Daraus konnte der Augur die Abneigung oder die Zuneigung der Götter erkennen und damit Gefahr oder Vorteil für den Staat. Der Herr Ruspex untersuchte die Leber der geschlachteten Opfertiere und erkannte an ihren Veränderungen den Willen der Götter. Als Modell für die Aussagekraft bestimmter Leberteile gab es eine Bronzeleber, die mit einem Quadrierungsnetz überzogen war. Diese Priester hatten eine spezielle Ausbildung hinter sich und zwar in Zere, dem heutigen Cervetari, denn auch im Auguralwesen waren die Etrusker die Lehrmeister der Römer. Allerdings wurde diese Tätigkeit später auch von Scharlatanen ausgeübt, sodass schon der alte Cato anmerkte, er müsse sich wundern, dass ein Haruspex beim Anblick eines anderen Haruspex nicht den Lachen ausbreche. Daher unsere Redensart vom auguren Lächeln, dem verständnisvollen Lächeln unter Eingeweihten. Doch zurück zur lateinischen Grammatik. Wir wollen uns heute eine Gruppe von Verben ansehen, die man verba defektiva, unvollständige Verben nennt. Unvollständig deshalb, weil nicht alle Formen gebildet werden. Die geläufigsten Verben sind memini, ich gedenke, ich erinnere mich, odi, ich hasse, novi, ich kenne, consuevi, ich pflege. Das besondere Charakteristikum dieser Verben ist, dass sie perfekt Formen, aber präsens Bedeutung haben. Wir gehen die Formen von memini durch. Indikativ perfekt, memini, ich erinnere mich, meministi, meminit. Meminimus, meministis, meminerunt. Konjunktiv perfekt, meminarim, ich möge mich erinnern, meminaris, meminarit. Meminerimus, memineritis, meminarint. Indikativ plusquamperfekt, meminaram, ich erinnerte mich, meminaras, meminarat. Meminaramus, meminaratis, meminarant. Konjunktiv plusquamperfekt, meminisem, ich würde mich erinnern, meminises, meminiset, meminisemus, meminicetis, meminisent. Futur 2. Meminero, ich werde mich erinnern, meminaris, meminirit, meminerimus, meminiritis, meminirint. Imperativ, memento, erinnere dich, meminitote, erinnert euch. Lediglich einzelne Formen gibt es von folgenden Verben. Ayo, ich sage, Ais, du sagst, Ait, er, sie, es, sagt, Aion, sie, sagen. Ae-Bam, ich sagte, Ae-Bas, du sagtest, Ae-Bat, er, sie, es, sagte, Ae-Bamus, wir, sagten, Ae-Batis, ihr, sagtet, Ae-Bant, sie, sagten. Ait, er hat's gesagt. Weitere Verba, defektiva, ernehmen Sie bitte dem Begleitmaterial. Mit der Weissagung beschäftigt sich der nun folgende längere Übungssatz. Der Hauptsatz heißt Prädikat des Hauptsatzes ist Er, sie, es hat beschlossen. Wer oder was hat beschlossen? Senatus, der Senat. Wo? Aput Majoris Nostros, bei unseren Vorfahren. Wann? Tum, damals. Bei unseren Vorfahren hat der Senat damals beschlossen. Der erste Nebensatz lautet Cum Florebat Imperium. Florebat, er, sie, es, blühte. Wer oder was? Imperium, das Reich, die Herrschaft. Cum, damals als. Damals, als die Herrschaft blühte, auf ihrem Höhepunkt war. Der nächste Nebensatz ist mit Ut, das damit angeschlossen. Ut de Principum Filiis Decem Singulis et Rurie Populis in Disciplinam Tradirentur. Tradirentur, sie würden übergeben werden. Wer oder was? Decem, zehn. Wovon? De Principum Filiis, von den Söhnen der Vornehmsten. Wem würden sie übergeben werden? Singulis et Rurie Populis, den einzelnen Völkern Etruriens. Wozu? In Disciplinam, zum Unterricht. Somit heißt der Utzatz, dass von den Söhnen der vornehmsten zehn den einzelnen Völkern Etruriens zur Unterweisung übergeben würden. Und nun zum letzten Nebensatz, der mit Ne, damit nicht angeschlossen ist. Ne arstanta propta tenuitatem hominum a religionis auctoritate abduceretur ad mercedem ad que questum. Abduceretur, ehe sie es, würde weggeführt, erniedrigt werden. Wer oder was würde erniedrigt werden? Arstanta, eine so große Kunst. Wozu würde sie erniedrigt werden? Ad mercedem ad que questum, zu Lohn und Erwerb. Wovon würde sie weggeführt werden? A religionis auctoritate, vom Einfluss der Religion. Weswegen? Propter tenuitatem hominum. Wegen der Armseligkeit der Menschen. Also, damit nicht eine so große Kunst wegen der Armseligkeit der Menschen vom Einfluss der Religion entfremdet und zu Lohn und Erwerb erniedrigt würde. Der ganze Satz heißt in der Übersetzung Bei unseren Vorfahren beschloss der Senat damals, als die Herrschaft auf dem Höhepunkt stand, dass von den Söhnen der vornehmsten zehn den einzelnen Völkern Etruriens zur Unterweisung übergeben würden, damit eine so bedeutende Kunst nicht wegen der Armseligkeit der Menschen vom Einfluss der Religion entfremdet und zu Lohn und Erwerb erniedrigt würde. Und damit möchte ich mich verabschieden. Auf Wiedersehen.